Sie möchten in angenehmer Atmosphäre arbeiten? Wir suchen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen in Voll- und Teilzeit. In unseren freundlichen Praxisräumen bieten wir ein vielfältiges Leistungsspektrum an, mit dem Sie die Gesundheit unserer Patienten fördern können. Zu unseren Schwerpunkten gehören Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagen, Wärmetherapie, Kinesio-Tape, Gerätetraining und vieles mehr. Unsere Praxis ist modern ausgestattet und bietet umfassende Möglichkeiten, die Behandlungen optimal an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Bewerben Sie sich bei uns und kommen Sie in unser familiäres Team. Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennenzulernen.